Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Ghost Weekend Wildlands im Roleplay, ihr Latrinenputzer. Zusammen mit Reaper. Sag dir der Latrinenputzer. Unserem Sunny Wanwa und Navo. Hi. Unserem Operator. Ja, und Wanwa, der schlägt die Latrinen. Ja. Bäh, nee, danke. So, und wir wollen jetzt erstmal wieder zurück zu unserem Heli. Ich wollte ganz ehrlich, ich will hier weg. Na toll. Wisst ihr, wie schwer da meine Ausrüstung wird, wenn die nass ist? Uns geht's auch genauso. Naja, mein Polohemd ist auch nicht wirklich schwerer, wenn es nass ist. Dann zeigt mal, wo habt ihr den Heli geparkt. Okay, mal gucken. Gleich hier vorne. Ich hatte ja jetzt echt gedacht, dass der weg ist. Mitten im Busch. Ich kann pflegen. So, nach rechts. 90 Grad nach rechts. Ja, so sieht's gut aus. Doktor 2, seid ihr denn angeschnallt? Jo. Äh. Natt. Sieht mir nicht so aus. Aber okay. Soll ich mal die Überwachung von dem kleinen Spielzeug hier prüfen? Hm. Lieber nicht. Ja. Ein bisschen weiter nach links. Da oben auf dem Berg ist es. Ähm, wir sollten vielleicht mal Ausschau halten, ob wir irgendwo unseren Sniper rauslassen können. Ich sehe die Basis noch nicht. Ich auch noch nicht. Das Gebäude neben uns. Wir sind genau dran vorbei. Rechts neben uns mit dem Rauch. Ja, das sieht ja simpel aus. Genau, das ist es. Das ist eine Jagdhütte von unseren, von den Unterstützern vom Kartell. Vielleicht sollten wir hier auf dem Berg direkt. Ich schlage vor, direkt hier auf. Ja, sieht gut aus. Okay. Am besten steigen wir hier auch aus, dann können wir den Weg runter gehen. Oh. Das war vielleicht ein bisschen früh ausgestiegen. Immer erst abwarten, bis der Pilot sagt. Fertig zum Arschsteigen. Eieiei. Gerade unser Sani. Wo ist unser Ziel? Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich in den Hütten. Genau hier unten. In der Hütte müsste es sein. Ja, jetzt sieht man natürlich nicht unseren Schatten dort drüben. Das ist natürlich unmützig. Ich sehe Ziegen. Ne, Ziegen sind das nicht. Ich würde mal sagen Lamas. Ah, ne, das sind Ziegen. Ich sehe keine Person, das sieht nach einer Falle aus. Äh, trennen. Zwei gehen rein, zwei bleiben um. Wäre eine Möglichkeit. Die Tür ist verschlossen, man sieht von außen gar nichts. Es ist höchstwahrscheinlich eine Falle, aber wir müssen da leider rein. Okay, dann würde ich sagen, Ende und ich gehen rein. Was ist da auf der Operator? Ja. Auf vorrücken. Verstanden. Operator kann mit rein. Dann seid ihr zu dritt da drin. Ich halte hier draußen die Stelle. Ich werde meine Position verlassen und werde auf die andere Seite vom Gebäude hochklettern. Da ist ein kleiner Vorsprung, wo die Lamas sind. Ich befinde mich an der Veranda. Okay. Am besten so, dass du die Tür einsenken kannst. Korrekt. Habe die Tür im Lekt. Sit vor der Tür. Ich umrunde einmal das Gebäude. Aber auf jeden Fall sollte halt keiner rein, keiner raus von den Feinden. Hier ist ein Grab ausgehoben. Okay. So, ich habe die Tür und ja, ich liege hier in meinem Busch. Bereit für Zugriff. Hier geht vor. Okay. Klinger geht aufs Schloss. Komm. Okay. Erster Raum sauber. Ja, das ist wieder. Hier geht es in einen Keller. Zwei noch im Clear. Oberes Geschoss Clear. Okay. Ihr beiden geht vorher in den Keller. Verstanden. Hier muss es Sanderwall erwischt haben. Ja, die könnte auch mal wieder durchlüften. Stinkst du rum? Hm. Gleich beruf ich. Ich mache so einen schönen Befall. Ich habe sicher, dass wir kommen und wir sind verdammt spät. Ist noch früh genug. Carino. Wer war zu beobachten? Ich höre jemanden. Ja. Positiv. Ich sehe auch zwei, drei Personen. Das dürfte aber Panzerplatz sein. Ich höre die Funkstelle von hier draußen. Die Drohne ist unterwegs. Ich schaue einmal mit der Drohne rein. Ich würde aber sagen, wenn sie keine Gegner im Raum befinden, können wir vorrücken. Zähle allerdings sechs starke bewaffnete Gegner. Drei Zähler, ein Zivilisten und mehrere Wachen. Ich muss ein stationäres MG. Die Tür befindet sich ganz am Ende auf der anderen Seite. Es scheint allerdings eine Tür zu sein, bei der man einen Knopf drücken muss. Sie sollten es schaffen, euch rumzuschleichen. Ich muss etwas gestehen. Es befinden sich zwei bewaffnete Personen. Direkt an der Wand bei der Tür. Allerdings nicht auf eurer Seite. Eine dritte bewaffnete Person. Und es gibt noch eine Treppe weiter runter. Und der bei der Treppe hat eine festmontierte Gatling Garn. Aber er befindet sich noch nicht dran. Was macht man so, Sunny? Ich beobachte den Raum. Am besten zu Enno gehen. Genau, ich könnte gleich etwas vorunterschließen brauchen bei drei Bewaffneten. Er bitte erlaubt uns auch die Zivilisten zu eliminieren. Da auch diese feindlich scheinen. Bis auf den Menschen im Stuhl. Erst die bewaffneten Personen. Danach weitersehen. Vielleicht ergeben sie sich. Gehst du auf die andere Seite der Tür? Okay. Zugriff in drei. Zwei. Eins. Zwei erledigt. Zwei erledigt. Die anderen haben auch gewartet. Shit, wird getroffen. Der letzte ist abgehauen. Oh, 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 oh. Er liegt. Du schaffst das, mein Junge. Danke. Scheiße. So, geht raus, wenn du mir das nächste Mal Deckung gehst. Der letzte ist bewaffnet und die Treppe runter. Verstanden. Der Raum ist sauber. Ich folge euch. Äh, den Tüten kann ich nicht mehr befreien. Ist er die Treppe runter, oder? Ja. Treppe runter. Schön gegenseitig sicher. Nur eine weitere Gegner. Ich sehe einen bewegenden Arm hinter der Deckung. Negativ, der ist bereits tot. Tango down. Es befindet sich nur noch zwei bewaffnete. Direkt um die Ecke ist einer. Da war's. Sehr gut. Einer noch. Zwischen den Leichen. Judy und Polito sind ausgeschaltet. Da haben wir den Post gebildet. Äh. Tja, ich fühle mich großartig. Das Ende dieser Turteltauben-Horror-Show hat uns Punkte bei den Einheimischen gebracht. Melden Sie sich, wenn es was Neues gibt. Woman Ende. Was zur Hölle haben die hier getan? Ah, ich will es nicht wissen. Das wäre ich mal in Hobbykeller. Das ist ja... Da lieber keine Hobbys als das Hobby. Montevideos Chainsaw Massacre. Was aus das Snuff-Porn? Ah. Bitte. Soldat. Halten Sie sich zurück. Sonst müssen Sie gleich mit dem Schwamm hier den Boden sauber machen. Ich hab schon mal die vollgeschissene Toilette unseres vorgesetzt, das mit einer Zahnbürste. Da schockt mich nix mehr. Okay. Wir können abziehen. Wir haben was wir wollten. Verstanden. Hier unten sind noch Vorräte. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Einmal Funk an unseren Sniper. Wir kommen jetzt raus. Verstanden. Ich hab uns mal ein Auto bereitgestellt. Moment, ich fahre. Sehr gut. Oh Gott. So. Dann benötige ich ein Ziel. Ähm. Toll. Jetzt haben wir schon wieder so ein blödes Blatt unterm Helm. Wir müssten sehr weit fahren. Sollen wir doch lieber den Heli nehmen. Hinter uns ist ein Heli. Und bei dem, ja, Fahrt im Sibilist. Zurück zur Hütte, da hab ich aber eigentlich sehr in der Asmode. Ist der ein ebenfalls bewaffnet? Negativ. Nee, der ist unbewaffnet. Ich seh hier. Hallo, wir sind bewaffnet? Nee, der hat auch ne Bewaffnet. Ja gut, dann. Ja. Sehr elegant geparkt. Wollte das Fahrzeug. Unschädlich machen für Gegner. Gut, dann ganz leicht nach rechts. Aber ansonsten. So. Noch ein Stückchen weiter. Sehr gut, nicht? Aber da haben wir dieses Gebiet gesäubert. Auf dem Visier vor allem. Was ist denn Ausrede? Nichts dafür. Ich dachte, sie wäre auf meinem Schalldämpfer vorne. Das ist ja festkalt. Und Susanne hat Spaß im Rüft. Man muss sich ja fit halten. Ja, reise nach Jerusalem. Das ist ja nicht passen, dass die Führerführer hören. Oh. Unter uns ist ein Kurs, da kann er rein. Ja. Ja. Wir wollen, wir wollen zu der Stadt rechts von uns gehen. Ah, sehen. Wir können hier im Vorland ein bisschen landen. Ich würde zumindest nicht mit bezogenen Waffen da reinverschieren. Soll ich hier auf dem eingebauten Platz vor uns landen, oder lieber etwas auf der Hauptstraße? Ich denke, wir könnten auch auf dem Platz landen. Okay. Ja, das sind unsere Klappellen-Freunde. Brotersand. Alle raus. Gut. Und einmal die Konten-Tüten leeren. Supervisor, was ist unser Auftrag? Die Info bekommen wir gerade, hörst du das nicht? Ich, äh... Ihr habt sie wahrscheinlich schon vorher bekommen, da ihr schon in diesem Gebiet wart. Negativ. Negativ. Ich war noch nicht in diesem Gebiet. Ähm, wir haben die Straße runter, einen Leutnant, den wir verhören können. Okay, wir sollten uns vorsichtig ran nähern, da er ansonsten abhauen kann. Das ist ein zweites Ziel. Das macht drei. Es befinden sich sechs bewaffnete Leute auf der Straße. Die waren, dass die mich gerade entdeckt haben, alles klar. Okay. Allerdings auch weder auf Querfeuer achten, hier sind noch Zivilisten unterwegs. Okay. Ich versuche gerade herauszufinden, welches Gebäude es mit dem Leutnant ist. Meldet drei Ziele direkt auf der Straße. Positive, hab ich auch gesehen. Ne, ne, höhere Position. Es sind sechs auf der Straße. Ausschalten. Es wird schwierig, sie auszuschalten. Ich habe keine Möglichkeit, auf eine erhöhte Position zu kommen. Wenn ihr die ersten drei ausschaltet, okay, sie bewegen sich in eure Richtung, das ist gut. Dann ausschalten. Sie bewegen sich noch auf der Straße. Ich habe gleich Kontakt zu allen. Ja. Einer befindet sich auf der anderen Seite des Hauses von dir, Enno. Und die anderen beiden sind ein Stückchen versetzt zu ihm. Sehe alle drei, je nachdem wie ich hier stehe. Sind leicht bewaffnet nur. Bestätigen, leichte MPs. Und haben auch keine Westen oder sowas an. Könnt ihr die zwei ins Visier nehmen? Oder den einzelnen? Ja, könnte auch beide ins Visier nehmen, sobald einer schießt. Dann, Enno. Ich muss gleich einen Schuss tätigen. Ein Gegner im Gebäude. Feuer frei. Ziel eliminiert. Ich habe einen Gegner. Wo ist der dritte? Der Straße ist tot. Im Gebäude ist eine tot. Er ist im Nachbargebäude, rennt jetzt zu seinen Kollegen rüber. Verfehlt. Es sind jetzt vier Gegner. Sind alle auf der Hörbein. Welche rennen hinten in den Garten? Einer ist beim Klohaus. Der beim Klohaus ist los. Gut. Sind alle tot. Verstanden. Sie bekommen Verstärkung. Auch auf der Straße. Zwei Leute auf offener Straße. Und ein weiterer an dem Blechhaus. Ich empfehle, wir gehen nicht auf der Straße, sondern hinter den Häusern. Ja, hinter den Häusern weiter. Sie sind zu viert. Hinter den Häusern ist einer neutralisiert. Zwei neutralisiert. Einer auf dem. Bei der am Haus waren wir. Er kommt von hinten. Erledigt. 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 Bestätiger. Okay. Sind noch Gegner da? Der Leutnant ist geflohen. Ja, einer hat auf mich geschossen. Ich war es nicht vor dem Hof. Der Leutnant ist geflohen. Höhere Schüsse. Sehe aber keinen. Down. Ziel hat sich in dem Haus verstärkt. Hab es nur noch ein bisschen. Im Backsteinhaus befindet sich ein Ziel aus dem Fenster schießend. Erledigt. Wenn ihr Möglichkeit habt, zurückziehen. Verstanden. Warte zurück. Wir haben hier in der Stadt nichts mehr zu suchen. Wir können quasi gucken, dass wir aus der Stadt rauskommen. Dann zurück zum Helikopfer. Ja. Und auf. Gefällst du sein. Vielleicht hat da einer sehr gut geparkt. Mann. Unser Daniel. Er überfährt. Na, der ist mir vor dieses Auto gesprungen. Ja, ja. Wenn hier ein rotes Fahrzeug ankommt, mein Freund. Das hast du davon. Unfassbar. Diese Raudis. Ich fliege. Okay, dann sitze ich mal hinten. Also. Richtung Norden. Ich bin mir grad unsicher. Warte, wenn ich in die Richtung guck, dann schräg links hinter uns. Verneucht. Ja, das sieht schon mal gut von der Richtung her aus. Okay. In die Richtung weiter, bis wir zu einer Stadt kommen. Das sieht aus, als ob da irgendwie... Die Stadt an der Freude. Freiflicht. Ja, genau. Das ist ein Stützpunkt, keine Stadt. Okay. Mit einem größeren Helikopter, zwei Wachtturmen. Tankstelle. Ja. Am besten nähern wir uns, glaube ich, von rechts. Also vom Berg. Okay? Dann würde ich hier landen. Kannst du mich einmal oben, bevor du mal runter gehst, hoch rauslassen? Dann musst du dich hochklettern. Kein Problem. Aber hier, wir passen auch. Danke. Kein Problem. Wir gehen dann unten neben der Straße. Vorsicht, ein bisschen weiter weg. Ich glaube, da sitzt ein Sniper am Turm. Wir könnten auch auf die Felder hinten. Du meinst... Oder auf welche Felder? Die zwei Felder in Richtung See. Mit montierter Waffe. Richtung See... Nein, nein, nein. Falsch, andere Richtung. Hinter uns. Genau hinter uns. Genau hinter uns. Ja, genau die beiden. Trotzdem keine Befestigungsanlagen auf die Stadt. Ich hab noch einen Tango. Direktor hat noch eine Brücke mit zwei Wachtturmen. Ich sehe einen dritten. Okay. Alle raus. Bambus. Weiß. Gewächs. Negativ. Das dürfte Zugrohr sein. Oder Bambus. Was seid ihr denn jetzt? Ich hab euch mal... In den Feldern... Kleiner Moment. Quasi einmal über... Einmal über das... Ganze Lager drüber auf dem Feld. Ach, da hinten. Ich sehe euch. Okay, könnten jetzt... Ohne Probleme bis zum roten... Turm... Ist der Turm... Ist der Turm für uns frei? Ich sehe keine... Mit montierter Waffe. Aber da ist eine montierte Waffe drin. Ja, aber der Turm sieht frei aus. Ich sehe keinen Gegner darin. Ich habe die beiden Gegner markiert, die ich gesehen habe. Es wäre möglich, dass da noch mehr sind. Der eine ist im Gebäude drin, der andere nähert sich gerade der Straße und geht dort weiter. Ja, Nummer 2 geht nur spazieren und geht jetzt über die Straße. Der ist nicht so relevant. Aber Nummer 1 weiß ich nicht wie gefährlich der für uns ist. Okay, befinde mich jetzt im Turm. Ich sehe einen Tango innerhalb einer der Türme. Ich könnte die 1 theoretisch neutralisieren. Ich weiß nur nicht, ob ich ihn wirklich mit einem Schuss treffe. Es steht etwas ungünstig. Könnte einen Gegner in einem Turm töten. Dann nehme ich... Meint ihr 3? Ja. Ist 3 alleine? 3 ist alleine, der kann ausgeschaltet werden. Treffer. Die neue 3 müsste erst überprüft werden, ob der alleine ist. Aber kann denke ich auch... Ja, ist alleine. Ich sehe eine montierte Waffe. Hat ein anderer einen besseren Schusswinkel als ich? Ich sehe nur sein Schuss. Nummer 1 ist im Gebäude vorgegangen. Kann ich ihn eliminieren? Wenn er allein ist, ja. Kann ich momentan noch nicht ganz einsehen. Ich versuche zu gucken... Unten beim 2 ist auch nicht. Nein, da ist ein weiterer drin. Okay. Oder? Die 2 nähert sich dem Turm. Ist immer noch... Ne, 1 ist alleine in dem Haus. Eliminieren. Ich muss... Fack was machen. Erste Steil noch seine Position. Scheiße, 2 hat mich entdeckt. Äh, bestätige... Nicht. Ah, sie... 1 ist Person 2. Ich kann schießen. Einer hat uns gesehen. Ja, die 2 hat mich entdeckt. 2 ist erledigt. Hat aber trotzdem Verstärkung gerufen. Äh... Positiv. Ich sehe mehrere Ziele auf der Straße nähern sich gerade. Ja. Positiv. Feindliches Auto. Wessen Position? Bei mir. Sie fahren... Ah, ich sehe. Sie fahren zu mir, ja. Hätte freies Schussfeld auf einen der Gegner. Feuer frei. Ja, erledigt. Äh... Habe Schussfeld auf einen... Nein. Negativ. Ein Gegner versteckt sich in der MLKW. Gerade kein freies Schussfeld. 2 und 4 könnten jetzt gefährlich werden. Sie kommen auf euch zu. Sind jetzt gleich bei der Garage. Ich könnte 4 erledigen, wenn ich mich... 2 kommt auf euch zu weiter. Sie nähern sich. Könnt ihr euch da decken? Dass er nur 4 macht und wann war 2? Äh... Negativ kann 2 nicht sehen. 2 läuft zur Garage. Ich könnte die Garage explodieren lassen. Äh... Die Tankstelle aber... Dies würde zu viel Aufmerksamkeit erregen. Negativ. In der Garage. Dann... Sully... Könntest du einmal runterkommen. Ja. Auf die Zwischenebene. Dann könntest du vielleicht 4 ins Visier nehmen. Wobei... Jetzt haben sich... Bei der Tankstelle ist noch eine weitere Person die ich nicht markieren kann. Beide im Gebäude. Immer noch 2 an 4. Eins ist im... Einer... Mann... Eins ist in einem Gebäude. 2 erledigt. Gleiche Position. Noch einer. Backsteinhaus. Oh oh. Die Tankstelle geht gleich hoch. Oh oh. Immer noch einen gegen Backsteinhaus. Äh... Benötige Daten ob die Tankstelle noch am Expedieren ist. Ja, das ist noch ja. Nehme erhöhte Position auf dem Dach ein. Nehre mich jetzt der... Noch mal eine Tankstelle. Keine Feuerunterstützung gehen. Ich wiederhole. Keine Feuerunterstützung. Stehe unter Schoß. Nehre mich der 3. Mindestens 3 Gegner im Backsteinhaus. Bei 2 und 4 sind noch 3 weitere Gegner. Und auf der anderen Seite nochmal 2. Einmal eure Position. Im Haus. Bei der... 2. Tankstellen Gebäude. Befinde mich... Endos auf dem Dach. Auf dem Dach genau. Welches Dach? 2 kommt rein. Die Tank... Das Dach der Tankstelle. Okay. Ich bin hier geschützt. Aber... Ich kann noch nichts sehen. Die 2 befindet sich weiterhin... Okay. Haben wir nur mindestens ein weitere Gegner beim Backsteinhaus gesichtet. Genau. In das Gebäude müssen wir. Okay. Ich versuche meine Position zu vertuschen und nähere mich von hinten. Mindestens ein weitere Gegner am obersten Stockwerk des Backsteinhauses. Keine Schussmöglichkeiten. Keine Schussmöglichkeiten. Nummer 1 ist ausgeschalten. Wahrscheinlich letzter Gegner im Backsteinhaus. Ich versuche Einsicht zu nehmen. Die untere Etage ist er nicht. Möglicherweise ganz oben. Oben ist die Etage. Sie rufen nochmal Verstärkung. Habe ihn markiert. Das ist der letzte in dem Haus. Kann unser Sniper das Haus sehen? Das Haus kann ich sehen, aber ich kann ihn nicht sehen. Ich sehe ihn auch immer nur ganz kurz. Äh, Weisung. Was wird mit dem Gegner gemacht? Töten. Ich befinde mich jetzt unten am Haus. Warte auf weitere Weisung. Am besten mit Enno zusammen reingehen. Okay, Position von Enno. Immer noch auf dem Dach bin unterwegs. Reaper, hast du das Haus von der abgewandten, von der Straße abgewandten Seite? Ja. Ich fahre. Sag Bescheid, falls jemand reingeht. Ich guck. Ist das ein feindliches Auto? Nein. Das war nicht. Ich dachte schon, das wäre einer. Okay. Beginnt er mich beim Sunny. Sehr gut. Geht rein. Ihr habt das Ziel markiert. Beziehungsweise den Feind markiert. Erstes Geschoss sauber. Er kommt runter. Habe ihn noch erlegt. Sehr gut. Habe hier einen Laptop zum Hacken? Habe hier Dokumente? Alles untersuchen. Wir überwachen das Haus, dass keiner reinkommt. Habe hier noch Dokumente. Okay. Wir müssen also eine verschlosserte Tür irgendwo öffnen. Hier oben ist ein Wappen. Ein Abzeichner da oben als du. Ja. Der Sniper verlässt Position und nähert sich dem Gebäude. Ich ebenfalls. Okay. Schicke Whatsapp Fotos von Dokumenten. Okay. Glaube ich zumindest. Ich bin jetzt unten im Haus. Ähm. Ich bin nicht erfolgreich. Ich glaube mein Mobiltelefon kann keine Whatsapp Fotos machen. Ja. Auch nicht mit 1, 2 oder 3? Nein. Leider nicht. Ist doch so ein altes Nokia. Ich hab's mal versucht. Ich weiß wo ein Kartellversorgungs-Helie steht. Klauen wir ihn für die Rebellen. Also bei mir hat's gepieft. Ja. Bei mir ist auch was angekommen. Ja. Ebenso. Solltest du dir mal ein neues Telefon besorgen. Ja. Ich denke auch. Wie weit wär's zum nächsten Einsatzort? Ziemlich weit. Wir sollten den Heli nehmen. Dann den dicken Heli. Aber erstmal den Speicherkartenwechsel. Okay. Okay. Wie seid ihr? Ja ich stimme zu. Beim Heli. Beim Heli. Bei unserem Heli oder bei dem? Bei dem Dicken. Dicker Heli. Okay. Ich muss umdrehen. Okay. Da warten wir noch auf uns noch weiter. Na ja. Anwesend. Ja. Mann Sunny. Mach nicht da eine Dicks not for Klauen. Okay. Dann war's das für diese Folge von Ghostweep and Wildlands im Rollplay. Zusammen mit der Kaoden drüber würde ich sagen. Lass nen Like da und nen Comment. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss.